Verwandlung Wenn uns selbst wird was genommen, womit wir tief verbunden, dann sehnen wir uns zurück. Natürlich ist uns viel genommen, doch wird es Zeit, dass wir uns wiederfinden. Und wenn wir erkennen, dass wir reich sind an Verlorenen, gelingt es uns, uns neu zu denken und Schmerz verwandelt sich zu Glück. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020